Willkommen in die Kunst des Mordens, Karten des Schicksals und ich fand die Musik gerade eben so, naja Musik, das Hintergrund so schön und Teil 12, Nicole will nicht wegfahren, das heißt, dass wir auch nicht weggehen. Gehen wir nochmal zurück ins FBI Gebäude, mal schauen, ob wir da noch was machen müssen. Den, schauen wir uns mal die eigene, ja, die Türen an, Bombenkommando. Die Bombenabteilung ist nur für Insider. Hi. Was gibt's? Nichts, keine terroristischen Anschläge. Ich mache mit geschlossenen Augen Granaten scharf und entschärfe sie wieder, nur so zu üben. Hier? Kommen Sie, das war nur ein Scherz. Aber wenn Ihnen jemals langweilig sein sollte, wäre ich überglücklich, Ihnen einen Crashkurs verpassen zu dürfen. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Wie wär's mit heute Abend? Ach, diese Woche klappt es nicht. Haben Sie Lust, Samstag zum Barbecue reinzuschauen? Ja. Veranstalten ein Barbecue? Mit meinen Kollegen vom Bombenkommando und ein paar Jungs aus anderen Einheiten. Tolle Gesellschaft. Ich sage Ihnen, wenn Sie es mal richtig krachen lassen wollen, ist einer vom Bombenkommando der Richtige für Sie. Daran habe ich keinen Zweifel. Also? Ich werde darüber nachdenken. Bis dann. Ach, da gibt's bestimmt jede Menge Essen und jede Menge Bier. Ich habe nichts mehr mit ihm zu besprechen. Ach bumm, wie ich im Barbecue halt noch? Naja, gut. Können wir da ein paar Sprengkörper mitnehmen? Kann man ja immer mal gebrauchen. Minenzuchgerät. Was ist das? Der Experte. Hey, unser Server-Rack. Das geht nicht. Ja, das darfst du nochmal schauen. Die IT hat den Serverschrank auf der Suche nach einem sicheren Ort hierher verlegt. Die IT hat den Serverschrank auf der Suche nach einem sicheren Ort hierher verlegt. Ja, damit es gleich richtig explodiert. Ach, mal schauen, wenn wir da reinkommen. Sehr schön. Nicht da rein, das ist verboten. Alles, was Spaß macht, macht, ist verboten. Wo ist der Ausgang? Hilfe! Spielen Sie damit bitte nicht herum. Aber man kann doch schon mal die Tastenkombinationen. Spielen Sie damit bitte nicht herum. Ausprobieren. Okay, tschüss. Bomben-Experte. Nehmen wir mal eine Cola. Im Sommer kann man sich kaum zum Getränkeautomaten durchschlagen. Ja, jetzt haben wir Winter. Jetzt wollen wir nichts. Dieser Raum war Zeuge vieler dramatischer Beichten. Ja, schaut sehr gemütlich aus. Da möchte ich mir nur reden. Ach, wir brauchen das Raum. Die ideale Arbeitsumgebung. Ruhe und Frieden. Das Licht gedimmt. Wenn auch nicht für die Verhöre. Es ist leichter, die verhörte Person von hinter dem Spiegel zu beobachten. Nicht so emotional. Besser nicht anfassen. Ach, können wir ein bisschen reinhacken. Hallo? Ja, interessant. So ein FBI-Büro. Gebäude. Eckbüros. Okay. Da werden die Eckdaten aufgehoben. Wo sind wir jetzt? Hier ist nichts. Klimaanlage. Schießstand. Ach, wir konnten ja schießen. Was haben wir hier? IT-Raum. Da können wir mal nachfragen. Wegen unserer Rechner. Notiz. Geschäftlich unterwegs. Rufen Sie im Notfall die IT-Abteilung im Headquarter an. Das ist alles? Tja, oder man schickt eine Mail, ne? IT-Lead-Mail. Der ist nicht da. Nur eine Notiz. Geschäftlich unterwegs. Äh, Magnetkarte. Welche ist jetzt unseres? Wings Magnetkarte. Ist es in Ordnung, dass ich sie genommen habe? Könnte sein, dass Sektion E an so etwas interessiert ist. Oh. Autoresize Signature. The card is property of FBI Federal Bureau of Investigations. Oder so ähnlich. Nehmen wir mal unsere Karte. Gehen wir mal schießen. Wir mussten ja auch noch hin. Sonst verläuft unsere Lizenz zum Töten. Mal rein mit. Dieser kleine Schießstand hat drei Schießplätze. Es war hier nie voll. Ach, ich würde schon öfter mal zum Probieren gegangen. Okay, wir brauchen erstmal eine Waffe. Die liegt da irgendwo rum, bestimmt. Ich habe immer noch ein paar Kugeln. Achso, naja, dann schießen wir doch mal. Oh, oh, oh. Cool. Gar nicht so einfach. Schlecht. Gar nicht so einfach. Die wagt uns ja eigentlich nicht um. Sch... Das ist es. Wow. Also. Also. Oh. 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 Wow. Können wir nochmal gucken. So. Ich bin immer gespannt. Hallo, ich möchte gerne sehen, was ich habe. Ach, das ist fies. Ah, hier. Oh, super. Das ist einfach cool. Das ist cool. Machen wir das Magazin immer leer. Ich sollte das Ziel wechseln. Oh. Ich sollte das Ziel wechseln. Da hättest du vorhin gemacht. Das Ziel ist zu weit weg, um gewechselt zu werden. Wir haben es doch gerade geholt. Oh. Ah, ein frisches Blatt. Das müssen wir einschicken. Was weiß, dass wir geschossen haben. Nein, ich wollte nur weiterschießen. Okay. Nein, ich wollte nur weiterschießen. Eins, und zwei, und drei, und drei, drei, drei. Also. Also. Es ist es. Schlecht. Man kann nicht so schnell hintereinander. Wahrscheinlich muss ich nachladen, oder was? Ich sollte das Magazin wechseln. Jawohl, wechsel mal. Und nochmal. Sollte mich jetzt damit in Ruhe lassen. Sollte mich jetzt damit in Ruhe lassen. Ja, noch einmal. Sollte mich jetzt damit in Ruhe lassen. Jetzt, jetzt. Ich sollte das Ziel wechseln. Ach, nee, das langt. So, können wir jetzt den Wangen seiner Karte nehmen? Machen wir gleich in einen aufwischen. Der Wangen wird sich freuen. Ich bin also den Wangen. Ich bin Wangen. Ich sollte das Ziel wechseln. Okay. Entschuldigung. Nicht dran gedacht. Neue Scheibe. Neues Glück. Ich sollte das Ziel wechseln. Ach, bumm. Ich will doch nochmal... Kurz... Äh... Gleich Schiss abfeuern. Nee. Ach, Mann. Kompliziertes Spiel. Neue Karte. Neues Glück. Ähm... Ich glaube, der Kratten-Schießstand muss mal neu gelagert werden. Okay, jetzt geht's mal los hier. Alter, ich will den Karten. Ja, ich schiebe mich extra in die Karte. Ich... 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 Neue Karte. Ich will den Karte für Wangen reichen. Na gut, ein Treib. Ich will den Karte für Wangen reichen. Ich will den Karte für Wangen reichen. Hm? Was kam? Da kann man nix machen hier. Nein, 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 ich hol die Treppe hoch. Ach, Spiele macht mir nicht so kompliziert. Äh, ich will zum Wangen. Hm? Genau, boah. Mal ein bisschen einschleimen beim Wangen. Wangen, wir haben geschossen. Ich habe die schmutzige Arbeit für Sie erledigt. Schmutzige Arbeit. Danke. Sie haben gerade jemanden das Leben gerettet. Tschüss, Wang. Tschüss. Oh, darf ich jetzt nicht einmal Terminal mal vielleicht? Zu kurz? Hallo? Das Terminal der Datenbank. Unsere primäre Informationskette. Ich darf sogar. Unglaublich. Man loggt sich ein, nachdem die Fingerabdrücke identifiziert worden sind. Hm. Einloggen. Ich... Scanvorgang abgeschlossen. Eingabe-Taste drücken. Zugriff gewährt. Jetzt habe ich tatsächlich die Eingabe-Taste gedrückt. Ach, das sind unsere Katten. Eine Miniatur des gescannten Beweisstücks. Können wir nehmen? Äh, so. Untersuchen. Analysieren. Trrrrrrrrrr. Bin. Das Ding auch? Das passt nicht. Hm. Ich weiß nicht so genau was ich machen muss. Kein aktive Gebiete. Eine Miniatur des analysierten. Und hier? Ah. Analysieren. Oh, was ist das? Wählbares Gebiet. Oh, ich kann hier mal. Ich hätte mehr Gebiete auswählen sollen. Daraus sind vier und neun Treffer. Ach, da haben wir mehr damit. Dann nehmen wir doch alle hin, hm? Und nochmal. Ich weiß nicht was der jetzt analysiert. Kommt das, das stimmt, das hat mir rein. Mit. 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 Quietschen. Zwei. Zwei. Ach nee, das ist ja... Leute, können wir das abbrechen hier? Meine Zeit ist um. Ah, genau. Und das nächste Mal in Teil 13 analysieren wir die Karten nochmal ganz genau. Und bis dahin, mach's mal gut, mach's besser. Euer Christian.